Frankfurt, eine Stadt, die auch kulinarisch viel zu bieten hat. Direkt am Mainufer liegt das Restaurant Main Nizza. Hier genießen die Gäste eine vielseitige deutsche Küche und internationale Spezialitäten. Was das Kochen angeht, hat Peter Roos das Sagen. Er ist Küchenchef und Herr über Töpfe und Pfannen. Gerade ist Hochsaison und das Restaurant für die nächsten Tage ausgebucht. Es gibt also viel zu tun. Hier ist nun Kreativität gefragt. Zeit, sich über die Menüfolge Gedanken zu machen. Rinderfilet, Garnelen und italienische Pasta, das muss alles dabei sein. Aber wo bekommt Peter Roos die Ware her? Da braucht er ja schon einiges. Aber alles kein Problem, denn der Chefkoch ist schon lange Kunde beim Servicebund. Die Bestellung ist einfach. Sie kann über Telefon erfolgen oder ganz bequem über den Servicebund-Webshop. Produkte der Servicebund-Eigenmarken Rodeo Ranch Quality, Servisa, Mermaid oder Salvador, das alles kann Peter Roos online bestellen. Alle Informationen rund um das Produkt kann er hier nachlesen. Einmal alles in den Warenkorb gelegt und schon geht's los. Hier geht die Bestellung ein. Der Servicebund ist ein Zusammenschluss inhabergeführter Unternehmen im Lebensmittelfachgroßhandel und das im gesamten Bundesgebiet. Wir sind in Büttelborn, knapp 30 Kilometer von Frankfurt entfernt. Die Bestellung ist schon da und wird auch gleich bearbeitet. Häufig bestellte Lebensmittel, Zeiten für die Anlieferung und vieles mehr. Im System sind die wichtigsten Daten zum Kunden schon hinterlegt. Bestellung abschließen und schon geht's weiter. Im Lager stehen über 12.000 Artikel bereit. Zum umfassenden Vollsortiment gehören unter anderem frisches Obst und Gemüse, saftiges Fleisch, Fisch und Tiefkühlspezialitäten. Die Servicebund-Eigenmarken Rodeo Ranch Quality, Mermaid, Servissa, Salvador und noch viele mehr runden das Angebot ab. Im Wareneingang werden alle Artikel auf Vollständigkeit, Temperatur und Restlaufzeit geprüft. Der Prozess der Kommissionierung erfolgt ohne viel Papier. Die Mitarbeiter bekommen die einzelnen Aufträge über Funk auf ihren Headsets angesagt und quittieren über eine Prüfziffern-Kombination jede Position. Diesen Prozess nennt man Pick-by-Voice. 1,3,00, OK. Jetzt kommt der Logistiker ins Spiel. Aus den kundenspezifischen Auftragsdaten, den Ladekapazitäten der Lkw, dem aktuellen Straßennetz mit Baustellen, Sperrungen und Umleitungen errechnet er den optimalen Weg. Für die Auslieferung stehen verschieden große Mehrkammer-Kühlfahrzeuge parat. Vom kleinen 3,5 bis hin zum 15-Tonner. Für die Auslieferung zum Main-Nizza ist nun alles fertig. Tür zu, los geht's. Auf nach Frankfurt, denn Peter Roos wartet schon. Mal prüfen, ob alles da ist. Sieht gut aus, kann weitergehen. Nun aber Vollgas. Das Restaurant ist bis auf den letzten Platz ausgebucht. Das Team macht sich nun an die Zubereitung der Menüs. Alles im Timing. Schmeckt und alle sind zufrieden. Danke, Servicebund. Und dann sind die Zuberein. Untertitelung des ZDF, 2020